Laura hier, bekannt als die Münchner Psychologin und ich entführe dich jetzt mal in eine Statistik. Statist hat nämlich im Jahr 2017 Umfragewerte ausgewertet, Umfragewerte ausgewertet, kann man das so sagen, ihr wisst, was ich meine, so und hat sich angeguckt, was macht denn eine gute Führungskraft wirklich aus. Alles, was nicht mindestens 75% hat, habe ich mal ausgelassen. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf all die Themen, die wirklich über 75% der Befragten angegeben haben und wo sie gesagt haben, hey, das ist super wichtig für mich, das macht für mich eine gute Führungskraft aus. Let's go! Punkt Nummer 1. Eine richtig gute Führungskraft und damit sind wir wirklich auf Platz 1, hat Wertschätzung gezeigt und zwar regelmäßig, ausgesprochen. Mitarbeiter, die sich von ihrer Führungskraft gewertschätzt fühlen und das klingt jetzt easy, ist es aber nicht, haben gesagt, dass sie sich pudelwohl fühlen und sagen, das ist mir super wichtig bei meinem Chef. Wenn du also gerade Chef bist und du nicht regelmäßig dabei bist, Wertschätzung in der bestimmten und damit richtigen Form gegenüber deinen Mitarbeitern zu zeigen, hast du ein Problem, denn das ist immer noch Platz 1. Wertschätzung zu zeigen ist tricky und Leute, die bei uns ins Coaching reinkommen, die fragen auch immer, hey, meine Mitarbeiter wollen alle Wertschätzung haben. In einem Raum voller Leute, wenn ich frage, hey, wer von euch möchte gewertschätzt werden, was glaubt ihr denn passiert? Alle gehen natürlich mit ihren Händen hoch und sagen, ich, 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 ich. Okay, super. Und dann findet man heraus, wie unterschiedlich Wertschätzung gezeigt wird. Dass das tricky ist, ist also hoffentlich klar. Mir ist es erstmal wichtig, dass du verstehst, dass es überhaupt relevant ist für dich als Chef auf Führungskraft, eine Führungskraft zu sein, die wirklich Wertschätzung zeigt, die wirklich auch Wertschätzung ausspricht, auf die richtige Art und Weise. Was das genau ist, das erkläre ich dir gerne in meinem Coaching, aber das sollte dir erstmal bewusst sein. Über 91% der Befragten haben gesagt, dass das für sie ein ausschlaggebender Grund ist, wo sie gesagt haben, dass entweder ein guter Chef, wenn er das gemacht hat, oder ein schlechter Chef, wenn man es verpasst hat. Punkt Nummer 2. Was macht also eine gute Führungskraft noch aus? Eine gute Führungskraft gibt regelmäßig Feedback. Das klingt jetzt total banal, aber wenn man sich bestimmte Studien anguckt, könnte man sich im Erdboden versinken lassen. Es gibt super wenig Führungskräfte, die wirklich regelmäßig, ehrlich Feedback geben. 91% der Befragten sagten, hey, das ist mir super wichtig, dass mein Chef mir ehrliches, regelmäßiges Feedback gibt. Und regelmäßig bedeutet nicht einmal pro Jahr. Das klassische Mitarbeitergespräch, was du vielleicht gerade planst, wo du denkst, hey, aber Moment mal, ich gebe doch meinen Mitarbeitern Feedback. So einmal pro Jahr haben sie doch ein Mitarbeitergespräch, reicht nicht aus. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist deutlich gestiegen und auch das Zusammengehörigkeitsgefühl, auch das Wohlbefinden und die Bewertung von dir als Chef ist deutlich gestiegen, wenn du regelmäßig und ehrliches Feedback gegeben hast. Und wie gesagt, einmal pro Jahr reicht nicht aus. Gucken wir uns Top 3, Platz Nummer 3 an. Auf Platz Nummer 3 steht, dass eine gute Führungskraft wirklich Interesse am Menschen zeigt. Damit meine ich nicht, hey, hast du deine Aufgaben richtig gemacht, sondern hey, wie war dein Wochenende? Hey, wie geht's dir? Alles in Ordnung bei dir? Hey, ich habe gemerkt, deine Tochter ist neulich 3 Jahre alt geworden. So, herzlichen Glückwunsch. Cool, wie ist es denn jetzt Vater zu sein? Oder wie ist es denn jetzt gerade, ich weiß nicht, geht sie gerade in den Kindergarten? Und wenn ja, in welchen? Wie klappt das gerade? Also wirklich Interesse am Menschen zu haben, am Privatleben, an dem, was eben auch dein ganzes Team ausmacht. Weil, sorry, not sorry, aber deine Leute sind nicht nur Arbeitswesen. Deine Leute sind auch da und bringen alles mit, was sie privat in irgendeiner Form besührt, was sie beschäftigt, mit den Sorgen, die sie haben. Wenn du dir Zeit nimmst, auch über die Sorgen mal zu sprechen, auch mal darüber nachzudenken. Und ja, es ist auch dein Job als Chef. Ja, ich werde oft gefragt, so, ja, was ist meine Aufgabe als Chef, sich über die Sorgen meiner Mitarbeiter Gedanken zu machen? Ganz ehrlich, wenn du denkst, das ist nicht dein Job, dann bist du falsch auf dem Posten. Natürlich, bis zu einem gewissen Grad, und auch hier ist es ein Balanceakt, ist es dein Job, dir Gedanken zu machen, ob es deinen Leuten gut geht, ob alles in Ordnung ist zu Hause, ob sie fit sind, ob sie Sorgen haben und auch zu merken, wenn es ihnen mal nicht gut geht. Also dafür auch ein Gefühl zu entwickeln und auch mal dir die Zeit zu nehmen, die Leute beiseite zu nehmen und mal zu sagen, hey, alles in Ordnung, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, also auch mal zu zeigen, dass du am Menschen interessiert bist. Das also auf Top 3 von der Umfrage von Statista. Auf Top Nummer 4, auf Platz Nummer 4, gab es wirklich auch die Förderung von der Eigenverantwortung. Auf was Mitarbeiter nämlich gar kein Bock haben ist, wenn der Chef wie so ein kleiner Helikopter ständig über sie schwirrt und sagt, was machst du da? Ja, kennt ihr das noch von der Schule, wenn der Lehrer so mit dem Kopf so schon über eurem Heft hing? So, da habt ihr euch auch gedacht, so, geh weg. Genau das ist das, was wir nicht machen wollen, wenn wir Führungskräfte sind. Also, hängt mit der Nase bitte nicht zu nah an euren Mitarbeitern dran und damit meine ich nicht das Interesse am Persönlichen, sondern ständig und immer alles kontrollieren zu müssen, was die Leute tun. Mitarbeiter haben gesagt, wenn ihr Chef ihnen die Möglichkeit gegeben hat, eigenverantwortlich zu arbeiten, auch mal eine Teilverantwortung für ein Projekt zu bekommen, vielleicht sogar eine ganze Verantwortung für ein ganzes Projekt zu bekommen, war das Ausschlaggebend dafür, ob sie gesagt haben, der Chef ist cool, das ist ein guter Chef, das ist eine gute Führungskraft oder eben nicht. War übrigens bei 86% der Befragten so. Insofern kannst du dir auf jeden Fall mitnehmen, gib deinen Leuten ein bisschen Eigenverantwortung, fördere sie und fordere sie auch durch ein bisschen, denn die Leute haben in der Regel Lust, auch etwas mitzugestalten. Kommen wir zum fünften Punkt. 78% der Befragten Mitarbeiter haben gesagt, sie fanden es mega cool und hatten einen guten Chef, wenn der gleichzeitig ein Mentor war. Wenn also nicht nur Chef Chef ist, sondern wenn der Chef auch sagt, hey, wenn du was brauchst, bin ich für dich da und ich bin derjenige, mit dem du ein Thema challengen kannst, wo du auch mal irgendwie einen Sparingspartner hast, wo du kognitives Pingpong spielen kannst. Das ist das, wo die Mitarbeiter gesagt haben, das fand ich cool, wo Angestellte gesagt haben, das habe ich gebraucht. Ich brauche manchmal jemanden, der mir über die Schulter guckt, aber auf eine gute Art und Weise. Und hier sehen wir mal, wie schwierig das ist, so diese Balance zu haben zwischen ich bin da für meine Leute, aber ich overingeniere das Ganze nicht. So, ich kümmere mich um sie, aber ich stecke meine Nase nicht in Angelegenheiten, die mich nichts angehen. So, ich kümmere mich um meine Leute, aber auch nur so viel, dass sie auch selber laufen können. Ist das easy? Nein. Sonst würde es auch jeder machen können. Macht es trotzdem Spaß? Ja. Sonst würde ich meinen Job auch nicht so lieben. Ja, also nimm das auf jeden Fall mit. Wenn du Lust hast, als Mentor auch zu fungieren, kann ich es dir nur ins Herz legen. Deine Leute werden es dir danken. Mach es. Probier es aus. Mach ein paar Fehler, aber mach es einfach mal. Okay? Last but not least, damit kommen wir zum sechsten Punkt und auch zu 78% der Befragten. Wenn die Führungskraft es geschafft hat, die Vision von der Firma zu vermitteln, fanden das die Angestellten nicht nur angenehm, sondern haben gesagt, das ist ein guter Chef. Warum? Wenn ich irgendwo sitze und ich mache irgendeinen Job und ich weiß nicht wofür, dann verliere ich Lust und verliere ich die Motivation. Dann denke ich mir auch irgendwann mal so, okay, wofür mache ich das eigentlich hier? Wenn ich aber einen Chef habe, der mir erklärt, hey, übrigens, unser Ziel ist es oder was wir hier tun ist und es geht über dieses Team hinaus. Es geht immer den Chef hinaus, über die Angestellten hinaus, über dieses Team hinaus, vielleicht sogar über die Abteilung hinaus. Hell, vielleicht geht es sogar über die ganze Company hinaus, weil es Dinge gibt, die man in irgendeiner Form beeinflussen und bewegen mag. Wenn man das transportieren kann, wenn man erklären kann, was ist die Vision und was ist die Mission von uns? Was machen wir hier eigentlich? Warum machen wir das hier? Warum bist du hier? Warum bin ich hier? Und warum ist sogar derjenige, der gerade am Kopierer ist, super wichtig? Ja, wenn ich das erklären kann als Chef, dann schaffe ich es auf jeden Fall, eine geile Atmosphäre zu schaffen. Aber ich schaffe es auch, dass die Leute eine Antwort haben auf die Frage, warum komme ich eigentlich jeden Tag zur Arbeit? Wenn das mal keine sechs geilen Punkte sind, über die du jetzt nachdenken kannst, danke wie gesagt an Statista für die Umfragewerte. Das sind alles Umfragewerte, die über 75% der Befragten gesagt haben. Das sind die sechs Punkte. Wir fassen sie gerne hier unter dem Video für dich zusammen, die es wirklich ausmachen, die einen guten Chef ausmachen. Viel Spaß, lass dich davon inspirieren und wenn du noch mehr Inspirationen haben möchtest, dann abonniere sehr, sehr gerne diesen Kanal oder uns, am besten uns natürlich, ja, hör den Podcast rein und den verlinken wir jetzt hier drunter gerne auf allen Plattformen zu hören, deinen Podcast für exzellente Führung. Gib dafür einfach die Münchner Psychologin ein, Spotify, iTunes, egal wo, du findest uns überall. Wir sind überall und helfen dir dabei, eine noch geilere Führungsschaft zu werden. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Deine Laura.